Von euch kam der Wunsch, dass ich doch mal den DAX-Trade, den ich letzte Woche gemacht habe, in einem Video vorstelle. Dabei handelt es sich um einen eigentlich Scalping-Trade, den ich dann kurzerhand in einen Swing-Trade verwandelt habe. Wie das Ganze passiert ist, zeige ich euch in diesem Video. Okay, um das Ganze ein bisschen besser verstehen zu können, müssen wir natürlich auch die Gesamtmarktanalyse zum Zeitpunkt des Trades vornehmen. Diese Kerze hier müsst ihr euch mal kurz wegdenken, weil ich schon mal das Replay-Feature auf die richtige Zeit vorbereitet habe. Was wir hatten, war eine sehr starke bärische Kerze und zwei so kleine grüne Kerzen. Zu diesem Zeitpunkt bin ich davon ausgegangen, dass wir auf jeden Fall noch in ein tieferes Tief fallen und wir diese bullischen Kerzen noch mal revidieren, weil so eine V-Erholung eben relativ selten ist. In der Regel konsolidieren wir eher am Tief, bevor wir uns nach oben lösen können. Das war so die Grundeinstellung. Was ich dann natürlich gesehen habe, ist, ich habe mir die großen Zeiteinheiten angesehen, H4 und H1 und wir haben uns aus diesem Tief hier gelöst. Über den Tag hinweg natürlich immer stärker, sind dann in H1 ungefähr hier angekommen. Was man allerdings auf H1 sehr, sehr schön sehen kann, ist, wir befinden uns hier in einem ganz sauberen Abwärtstrend. Und der Abwärtstrend ist so lange intakt, solange dieses Hoch hier nicht rausgenommen wird. Wenn man hier einfach mal Fibonacci anlegt, sieht man auch, wir befinden uns aktuell so am 61er Retracement. Wir befinden uns an dem 110er EMA. Und dazu eine Sache noch, der Anti-Retail-Gedanke. Es ist ja häufig so, dass viele Strategien auf EMAs basieren. Und das funktioniert in der Theorie zwar auch, aber die Banken wissen das natürlich auch. Und häufig ist es so, dass der EMA nicht genau berührt wird, bevor der Markt sich verabschiedet, sondern dieser EMA oftmals noch nach oben gefakt wird, um eben Leute nochmal abzukassieren, die vielleicht hier einfach einsteigen und den Stop sehr knapp platzieren. Genau, das grundsätzlich zur Einordnung. Die Idee ist jetzt also, eine Trendfolge zu spielen. Und Trendfolge bedeutet in dem Fall ja, dass wir uns Short weiter verabschieden. Was man auf Stundenbasis sehen kann, ist auf jeden Fall von hier bis hier zieht sich definitiv eine Divergenz durch. Und zwar pumpt der AD-Indikator ja immer mehr nach oben. Wir haben hier ein komplett höheres Hoch, als wir beispielsweise die gesamte vorherige Zeit hier hatten. Der Preisschart gibt das Ganze aber nicht wieder. Natürlich der Part von da schon, aber von hier nach da eher nicht. Jetzt noch nicht ausschlaggebend, aber ein mögliches Indiz, dass hier bald was passieren kann. Grundgedanke war also zumindest so langsam wieder den Weg nach unten zu finden und die Trendfortsetzung zu spielen. Das Ganze auf 5 Minuten gesehen, dass wir uns hier an diesen EMAs nach oben gepusht haben und wir ein neues Hoch erreicht haben. Häufig ist es ja auch so, nach neuen Hochs findet im DAX sehr oft ein Abverkauf statt. Und das war so ein bisschen die Grundausrichtung des Ganzen. Das heißt, ich war hier schon in einer Mut, sage ich mal, dass wir so langsam drehen könnten. Wir haben den Fake über den EMA gesehen. Wir sind hier auf jeden Fall an diese Kerze rangekommen, die eine mögliche Ineffizienz sein könnte, die geschlossen wurde. Und damit dachte ich mir, sieht gar nicht so schlecht aus. Ist natürlich noch extrem aggressiv, aber das ist so ein bisschen auch meine Herangehensweise beim Trading. Ich steige sehr aggressiv ein, bin allerdings meistens auch sehr schnell aus dem Trade wieder draußen, wenn er gegen mich läuft und gebe da gar nicht so viel Platz. Das heißt, ich habe mir auf 5 Minuten angesehen, was hier passiert. Und festgestellt, der RSI verliert an Momentum. Wir haben hier schon mehrfach während dieser Aufwärtsbewegung Dochte gebildet. Und das basiert nur auf einer Beobachtung meinerseits, dass der erste Move nach unten häufig noch ein Fake ist. Der zweite möglicherweise auch. Und wir haben hier auf 5 Minuten Basis zweimal ein Signal bekommen, dass wir drehen könnten. Und der dritte scheint dann so wirklich langsam die Kraft zu verlieren. Wir haben hier ein Hochgebilde, das aber sofort retourniert wurde. Wir sind nochmal hoch, konnten das letzte Hoch nicht mehr wirklich abfangen, sind hier nach unten gefallen. Und dann bin ich so langsam mit den nächsten Kerzen eingestiegen. Allerdings noch nicht ganz hier. Ich war ein bisschen weiter unten. Genau. Wir hatten noch einen Hoch gesehen, das allerdings auch nur so ganz knapp darüber geht. Das Volumen hat enorm abgenommen. Der AD-Indikator biegt sich so langsam nach unten. Der RSI verliert deutlich an Momentum. Und das müsste so ziemlich der Moment gewesen sein, in dem ich eingestiegen bin. Sehr aggressiv, wie bereits gesagt, ist definitiv nicht für jeden zu empfehlen. Ist einfach nur so, wie sich mein Trading-Stil in letzter Zeit entwickelt hat. Was ich dann gemacht habe, war ein Scalping-Trade mit dem Stop-Loss. So in etwa an die 500, 13.500 war so meine Schmerzgrenze, sag ich mal. Zu dem Zeitpunkt sah das Ganze so aus. Wir haben hier einen kleinen Docht gebildet und uns so langsam nach unten verabschiedet. Die Idee war dann wirklich, dass wir sagen, hey, wir drehen hier. Ich habe ein bisschen Platz nach oben gelassen, falls nochmal ein Docht drüber greifen sollte. Wollte aber definitiv keine Strecke mehr hier nach oben mitnehmen, weil dann in meinen Augen die Idee auch einfach invalide gewesen wäre. Das heißt, wir sind auf 5 Minuten eingestiegen und sehen dann, der Markt bewegt sich nach unten, bewegt sich weiter nach unten. Dann betrachte ich natürlich immer den AD-Indikator und so ein bisschen den RSI. Ehrlicherweise kann ich gar nicht mehr genau sagen, wo mein Ziel war. Ja, es war so ein etwa 1 zu 1 CRV, also vermutlich im Bereich hier, so auf diesem Hoch wollte ich glaube ich aussetzen. Ja, genau, das sieht nach der Zone aus. Sowas würde ich hier oft anpeilen als Ziel. So eine kleine Zone, die ich mir dann so ein bisschen als Liquidität zurechtlege, wo ich möglicherweise aussteigen möchte. Wahrscheinlich eher ein Ticken darüber, wo auch der 200er EMA ist. Habe ich dann aber nicht mehr gemacht und dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist das Ganze so? Jo, wir sind runtergelaufen mit einer super bierischen Kerze, haben auf den aufgesetzt. Ist für mich einfach gar kein Reversal-Signal, vor allem mit diesem starken Volumen. Der AD-Indikator kommt auch immer mehr nach unten. Der RSI zieht natürlich ordentlich nach unten, weshalb man denken könnte, ja, ich weiß nicht, vielleicht steigt der Markt ja wieder, aber auf solche Dinge verlasse ich mich nicht. Deshalb habe ich einfach mal in den H1-Chart geguckt und dann das hier gesehen. Und das ist für mich eigentlich so ein Zeichen, bei dem ich sage, okay, mir fällt hier noch was auf. Mir ist dann aufgefallen, dass wir hier so eine Art ABC-Bewegung dieser letzten Impulswelle abwärts gesehen haben. Und ich dachte mir, Moment, ABC, das könnte sogar dafür sorgen, dass wir uns weiter nach unten bewegen. Das heißt, ich habe mir gedacht, okay, der Trade hat Potenzial, richtig was zu bewirken. Was mache ich also? Mein Ziel ist eigentlich erreicht, aber ich sehe keinerlei Grund, warum wir hier stoppen sollten, weil das einfach zu gut passt in dieses Umkehrmuster. Ich habe daraufhin also meinen Stop-Loss auf Break-Even gesetzt und mir gedacht, okay, ich monitore jetzt nicht mehr im 5-Minuten-Chart, weil ich mich dazu entschieden habe, das Ganze in einen Swing zu verwandeln, sondern ich monitore das Ganze im 1-Stunden-Chart. Habe ich gemacht, Stunde für Stunde geduldig abgewartet, das ist da hier so ein, nicht ganz Doji, aber ähnlich, kein Umkehrsignal. Dann haben wir das da hier gebildet, war zur US-Eröffnung. Wir sehen hier eine Art Doji mit langem Docht nach unten unter hohem Volumen. Der AD-Indikator ist auf Stundenbasis aber noch völlig normal, in Anführungszeichen. Im 5-Minuten-Chart sieht man auch hier, das sieht für mich eher wieder nach einer Divergenz aus, als dass wir wirklich steigen könnten. War für mich von dem her auch kein Reversal-Signal, deshalb bin ich auch hier weiter im Trade geblieben. Normalerweise kann man natürlich eigentlich Teilprofite nehmen und alles, aber ich habe bei dem Trade für mich gesagt, okay, ich habe das Risiko rausgenommen. Zumindest das Initiale und mein Stop-Loss auf Break-Even gelegt. Ich habe aber mal die Möglichkeit, so einen richtig guten Trade zu landen und riskiere einfach, dass ich wieder auf 0 gehe, sobald der Markt dreht. Ich habe aber weiter auf ein Reversal-Signal gewartet und wir sehen hier immer wieder Dochte, die nach unten greifen. Das ist für mich an der Stelle kein Zeichen für, dass wir umdrehen, sondern einfach nur ein Liquiditätsabgriff nach unten. Hier sind ja auch immer wieder so Seitwärtszonen und Dochte, da hat der Markt reingegriffen. Wenn wir uns hier stabilisieren und nach oben wegziehen, wäre das ein Reversal-Signal, so allerdings für mich noch nicht. Was ist passiert? Wir sind weiter nach unten gelaufen, haben dann hier so eine kleine Seitwärtskerze gebildet, genau. Und da waren wir beim Ende des Tages angekommen. Ich habe tatsächlich an dem Zeitpunkt sogar noch mit meiner Freundin darüber gesprochen, ob ich den Trade jetzt schließen soll wegen Übernacht oder nicht. Habe mich dann aber entschieden, das Ganze nicht zu tun, weil das für mich einfach kein valides Reversal-Signal ist. Und ich im Endeffekt nichts riskiere, außer, dass ich halt wieder auf 0 lande. Nachdem wir aber den gesamten Tag nach unten gezogen sind und das für mich dadurch wirklich aussah, als würden wir hier den Swing bilden in Richtung des Tiefs, habe ich mich entschieden, den auch über Nacht zu halten und habe mich über das Gap Down am Morgen gefreut. Auch, dass wir hier einfach immer weiter nach unten gelaufen sind. Genau, und dann sind wir in diesen Bereich gekommen. Und da habe ich mir dann so langsam angesehen, okay, was passiert hier? Ich bin dann wieder in den 5-Minuten-Chart gegangen. Wir waren ja hier auch im, genau, in der Eröffnung morgens. Habe dann gesehen, okay, das ist so der Punkt, ab dem schon deutliche Dochte nach unten kommen und wir von hier mit Kraft so langsam weggehen. Und das war der Moment, in dem ich dann gedacht habe, okay, ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich dieses Tief hier holen oder ob das nur so ein Unfaken ist, bevor wir wieder weiter rausziehen. Deshalb habe ich mich entschlossen, nachdem der Swing so geil war, dass ich hier auch wirklich meine Position mitnehme. Das waren bei 12.967, als ich den Markt verlassen habe. Das war genau dieses Konsolidieren hier unten. Ich habe dann gesehen, die Dynamik lässt nach. Es ist nicht mehr so wirklich Power nach unten da. Wir haben zwar Dochte, die da reingreifen, auch noch einen, der nochmal unter diese greift. Aber das hat für mich nicht mehr so wirklich nach Druck ausgesehen, nach unten. Und deshalb habe ich dann bei 12.967 mein Profit eingeloggt und mich einfach darüber gefreut, dass der Trade so nice war. Ist dann letztendlich auch so gekommen. Wir haben in dem Bereich konsolidiert und haben uns dann irgendwann im Laufe der Zeit natürlich wieder nach oben verabschiedet. Wir sehen dann natürlich, dass wir hier dann doch nochmal ins Tief gefallen sind. Allerdings habe ich ja nur diesen Move betrachtet und mich einfach über den Profit letztendlich gefreut. Weil für immer halten möchte man dann ja doch auch nicht. Genau, das soll es dann zu diesem Trade gewesen sein. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Wenn ja, lass mir doch gerne ein Like da. Und wenn du noch kein Abonnent des Kanals bist, würde ich mich natürlich auch über ein Abo von dir freuen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer stabile Trades. Passt auf euch auf und passt vor allem auf euer Konto auf. Ciao, ciao.